Wir kommen zum nächsten Talk in dieser Session und zwar zu einem Thema, was für Mapper eigentlich sehr oft interessant ist, insbesondere wer irgendwelche Gebäude oder andere Bauwerke mappt, nämlich wir wollen ja nicht nur die horizontale Geometrie von den Dingen mappen, sondern auch ihre Höhe und das ist ja nicht unbedingt immer ein einfaches Thema. Ich meine, wir können nicht immer hochklettern und ein Maßband anlegen und wie man das dann effizient und angenehm gestaltet, das erfahren wir jetzt hoffentlich vom Lars. Bitteschön. Dankeschön, guten Tag. Ich möchte jetzt darüber sprechen, wie man die Höhe von OSM-Objekten mehr oder weniger einfach bestimmen kann. Wir sehen auf dem Foto hier schon Windkraftanlagen und Strommasten, die haben also keine Etagenanzahl, wie das Gebäude haben. Bei Gebäuden kann ich mich ja mit der Etagenzahl behelfen und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie man die Höhen messen kann. Relativ einfach und da das nicht ganz genau ist, habe ich den Vortrag, also das ist wohl die Höhe. Sieht man die Maus hier? Ne, sieht man nicht. Okay, dann drücke ich mal hier drauf. Also es geht um Kirchen, die haben keine Geschosszahl zum Beispiel, aber auch mal so ein solitärer Baum, der irgendwie schöner Landschaft steht. Den kann man vielleicht auch mal in der Höhe vermessen. Bei Windkraftanlagen ist das teilweise einfach, aber eventuell unerlaubt. Das weiß ich nicht so genau, ob das erlaubt ist oder nicht. Und zwar haben die Windräder häufig über der Turmtür eine Nummer. Die ist auch häufig getaggt mit dem REV-Tag und es gibt eine Seite im Notfallinformationssystem, die gibt es nur in Deutschland, wo quasi Wege gesucht werden, wenn ein Windrad mal brennt, wie kommen die Rettungsleute dahin. Aber die haben eben die Funktion, dass man dort die Turmnummer angeben kann und wenn man da Enter drückt, dann erscheinen sehr viele technische Daten, unter anderem auch die Narbenhöhe und der Rotordurchmesser. Und das kann man dann entsprechend eintragen. Bei so einem Objekt ist es natürlich nicht irgendwo verzeichnet. Da ist also die Frage, wie komme ich hier an die Höhe ran? Und meistens stehe ich dann in einer gewissen Entfernung von dem Objekt weg. Und das ergibt natürlich meistens einen rechten Winkel, weil selten solche Gerätschaften schief in der Landschaft stehen. Also könnte man an den Pythagoras denken, aber die Länge der Hypotenuse ist halt schwer bestimmbar, um dann da, wo das Fragezeichen ist, dann diese Kathete zu berechnen. Also habe ich mich das, jetzt sehe ich ja erst, dass da gar nicht alles drauf ist. Dass ich dachte, es ist nur hier so. Da muss ich vorlesen. Also es steht Ergo, Ergotangenssatz. Das bedeutet, dass ich den Höhenwinkel bestimmen muss, der da unten ist und ich muss die Distanz bestimmen. Ich muss auch noch meine Augenhöhe beachten, wo ich bin, die ich dann entsprechend noch abziehen muss. Es entsteht also auch ein anderer Winkel. Und wir müssen auch die Erdkrümmung beachten. Ich habe das deswegen geschrieben, weil wenn man an der Küste steht, am Strand steht, kann man ja nur circa zweieinhalb Seemeilen, also viereinhalb Kilometer weit gucken. Dann hört der Horizont auf. Bei einem großen Menschen ist es ein bisschen später, bei einem Kind ist es ein bisschen früher. Also ich rede von Objekten, die sage ich mal so 100 bis 500 Meter Entfernung stehen. Da müsste das ganz gut funktionieren, meiner Meinung nach. Jetzt fange ich an, erstmal ein paar Möglichkeiten der Höhenwinkelbestimmung vorzustellen. Das erste ist das sogenannte Förster-Dreieck. Das ist quasi einfach nur ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck. Das haben die Förster schon seit Generationen verwendet. Dann guckt man da durch, guckt hoch und sagt, wo stehe ich. Geht dann die entsprechende Entfernung ab und sagt, ja so hoch wird es dann wohl sein, soweit wie ich weg bin. Vorteil ist, ich kann halt mir ein Geodreieck verwenden, das keine in die Hosentasche stecken. Ich kann es aber auch selber aus Pappe bauen. Der Nachteil ist, dass ich, oder die Nachteile sind, ich habe unflexiblen Messstandort. Also ich muss sagen, wenn ich den Winkel vorgegeben habe, muss ich da auch stehen können, um auch genau im 45 Grad Winkel die Spitze des Objektes zu sehen. Es ist auch schwierig, immer die Ankathete, also das untere Ding, immer so genau waagerecht zu halten, dass ich auch wirklich da auf 0 Grad bin. Ich habe das mal probiert. Man kann das nicht so richtig peilen. Man muss also gucken, stehe ich gerade dann wieder hoch. Ist also alles nicht so ganz einfach. Und was ich immer habe, ich habe immer einen Messfehler aufgrund der Orographie, weil es ein bisschen hoch und runter gehen kann. Das nächste ist der Peilstock. Das ist einfach nur so ein Lineal, was ich so in die Hand nehmen kann und hinstellen kann. Und dann lege ich ab, okay, jetzt peile ich da hinten die Spitze an. Dann sage ich, okay, bei wie viel Zentimeter ist das, wie viel Winkel mit meiner Armlänge muss man sich ausprobieren. Uralte Technik, kann man einfach ein langes Lineal verwenden, kann man auch selber bauen. Man hat auch den flexiblen Messstandort. Nachteile sind, ja, ich bin nicht immer waagerecht genau mit meinem Arm und ich habe wieder diese Messfehler in der Orographie. Aber es funktioniert. Zollstock kann ich auch nehmen. Da kann ich nämlich einen Winkel einstellen, also vorher einen Winkel einstellen oder auch später dann ablesen, wie groß der Winkel ist. Aber ich habe die gleichen Peilschwierigkeiten, ist schnell zur Hand, kann ich zusätzlich auch zur Distanzmessung verwenden. Nachteile, auch wieder nicht waagerecht. Das sind quasi die gleichen Nachteile wie vorher schon. Dann gibt es noch den Jakobsstab. Beim Jakobsstab kann ich den Winkel ziemlich genau einstellen. Das ist also eine relativ hohe Genauigkeit. Ich bin noch flexibel im Messstandort. Ist nicht so einfach zu bauen, wie jetzt zum Beispiel eben das, was ich vorher gezeigt hatte. Passt auch nicht immer in jede Hosentasche, wenn ich vor Ort rumgehe und mappen will. Ich habe wieder den Messfehler der Orographie und man sieht hier auf dem Bild, dass da ein Lot angebracht ist. Das heißt, um zu gucken, ob ich wirklich im Lot bin, da müsste mir vielleicht eine zweite Person helfen. Das nächste ist der Höhenwinkelmesser, den ich hier mitgebracht habe. Das ist quasi Marke Eigenbau. Das ist einfach nur aus dem Internet gefunden. Winkelmesser auf ein Stück Pappe geklebt, Kugelschreiberhülle mit Kabelbinder festgemacht. Schlüssel habe ich immer in der Hosentasche als Winkel und dann will ich es kurz demonstrieren. Ich schalte es so, peile mein Ding an, sage okay, das ist es, halte fest und lese ab den Winkel. Also es funktioniert ziemlich gut. Ist sehr einfach auch zu machen. Ist eine relativ hohe Genauigkeit, je nach Bastellust halt. Ich bin wieder flexibel im Messstandort, günstig zu bauen. Ich kann zum Beispiel auch einfach ein Geodreieck auf den Kopierer legen, da habe ich genau so ein Dinkelgerät drauf, so auf Papier. Ich kann es gut im Rucksack verstauen. Je nach Abnutzung, also hier zum Beispiel habe ich es noch nicht so gemacht, die Pappe reißt irgendwann ein, dann verändert sich der Winkel, kann man irgendeine Öse vielleicht verwenden und wieder die Messfehler nach der Orographie. Dann Apps natürlich. Es gibt eine App, Wasserwaage, die ist eigentlich gar nicht so schlecht, kostet nichts, hat eine relativ hohe Genauigkeit, ist vom Sensor abhängig, bin wieder wieder flexibel. Nachteil ist, in einer hellen Umgebung habe ich einen hohen Akkuverbrauch, wenn ich am Tag das mache und die Objektpeilung ist wieder ein bisschen unbequem, weil ich genau gucken muss, ja wann liege ich denn da und ich habe noch keine richtige Möglichkeit gefunden, mir irgendwie Kimme und Korn zu bauen, wenn ich da so eine Hülle habe. Das wäre es vielleicht noch. Der Vorteil ist, die kann ich auch arretieren. Das heißt also, wenn ich den Winkel habe, klicke ich einmal drauf und dann wird der Winkel auch beigehalten und dann kommt der zweite Winkel, wenn ich dann wieder wackele, wird dann eben so ein bisschen rot dargestellt. Aber den ersten Winkel habe ich damit halt. Sonnenstandshöhe ist auch noch so eine Idee, wo ich sage, okay, die Sonne scheint, es wirft irgendwo einen klaren, mehr oder weniger klaren Schatten. Da kann ich, wird also anhand des Standorts und der Uhrzeit genau gesagt, wie hoch, sieht man so halbwegs, also wie hoch, um welchem Azimutwinkel steht die Sonne, aber eben auch das andere, 39,8 Grad, wie hoch ist, also wie exakt ist gerade der Winkel. Hat eine hohe Genauigkeit, berücksichtigt die Augen, also brauche ich die Augenhöhe nicht weiter zu berücksichtigen. Also ich stehe in der Stadt und im Kirchturm fällt ein Schatten und dann stehe ich genau hier und sage, ja, der Winkel ist es jetzt, muss ich nur noch die Entfernung irgendwie rauszukriegen. Natürlich muss ich dann wissen, wenn der Kirchturm in der Mitte des Turms ist, wie weit ist die Kirchturmmitte noch von der Wand entfernt, bis zu der ich laufen kann. Klar funktioniert nur bei Sonnenschein, das Schattenende ist unscharf, da komme ich der nächste Folie noch mal kurz drauf. Tages-, Tages- und Jahreszeitabhängiger Messstandort, also ich muss hier mal gucken, wo kann ich mich überhaupt hinstellen, ist da gerade ein Gewässer oder ist das ein umzehltes Gelände oder ein Gebäude, also muss ich schon ein bisschen gucken, dass das auch passt, aber ich kriege es relativ genau raus. Das ist das, was ich meinte, dass der Schatten unscharf ist, man sieht das hier so glaube ich so ein bisschen. Hier am Windradfuß ist der Schatten natürlich scharf, hinten wird es natürlich immer unschärfer. Muss man gucken, wo man sich dann hinstellt, aber ist halt der Fehler. Zu diesem Orographieausgleich, das soll heißen, diesen systematischen Messfehler der Orographie ausgleichen, und zwar die mit der Augenhöhe sich stufenweise an die Hügelhöhe annähern. Also ich stehe da unten, habe da oben ein Objekt, was ich messen will und dazwischen ist ein Hügel. Ja und dann messe ich einfach genau immer 0 Grad, peile den Punkt an und sage, okay bis dahin muss ich gehen und dann gehe ich zum nächsten und sage, okay meine Augenhöhe ist jetzt 1,75, also ist das noch der Unterschied. So kriegt man das mit dieser App oder auch mit dem Gerät im Prinzip hier raus. Dann komme ich jetzt zu Möglichkeiten der Distanzbestimmung. Gibt es ganz normal klassischerweise die Schrittlänge. Kann ich ausprobieren, kann ich empirisch bestimmen, kann ich mein normales Schrittmaß nehmen und dann mal abmessen. Ist hinreichend genau, ist schnell gemacht, hat fast jeder dabei, also nicht die Rollstuhlfahrer. Ich habe keine Kosten. Das OSM Objekt muss aber erreichbar sein. Ich muss eine Möglichkeit haben dort auch hinzugehen. Es darf keinen Zaun geben, keine Barriere. Und es ist natürlich nicht immer gleichmäßig lang, wenn ich mal eine Stufe habe oder wenn ich mal stolpere oder so. Klassischerweise Maßband Zollstock glaube ich ganz einfach. Ja also wenn ich jetzt zu meinem Hotel laufe, die Straßenlaternen kann ich immer mit einem Maßband messen und Winkel. Das ist ziemlich einfach, kostet nichts oder kostet wenig, ist erreichbar. Teilweise unpraktisch aufwendig, wenn ich weitere Entfernungen habe. Also Zollstock hinlegen, zwei Meter, wieder zwei Meter. Ja, ist ein bisschen unpraktisch. So ein Messrad ist noch gar nicht so eine schlechte Idee. Da kann ich also mit lang laufen. Das ist auch ziemlich genau. Brauche ich eine relativ gute Oberfläche. Nachteil ist wieder, ich muss halt das Objekt erreichen können. Es ist ein bisschen sperrig im Transport. Ich habe da einen Zollstock mal drangehalten, das sind 90 Zentimeter. Ich kann das zwar zusammenklappen, aber wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ist es schon ein bisschen blöd, das irgendwie mitzunehmen. Ist auch relativ teuer. Dann Lasermessgerät. Haha, dachte ich, ja super. Hat eine sehr gute Genauigkeit, ist klein und handlich. Ich muss auch nicht das OSM-Objekt irgendwie erreichen. Ich kann alles über Zäunen oder irgendwas hinweglasern. Aber ab ca. 20 Meter ist schon unpraktisch, weil erstmal sehe ich bei Tageslicht den Laserpoint gar nicht. Ich brauche dafür irgendeine Brille, die auch nicht gerade günstig ist. Das Gerät hier, was Sie sehen, hat zwar 120 Meter Entfernung, aber wenn ich das in der Hand halte, ich kann meine Hand gar nicht so ruhig halten, als dass auf diese Entfernung der Laserpunkt was zurückfindet. Von daher habe ich das für völlig unpraktisch erachtet, wo ich dachte, das ist eigentlich ein tolles Gerät. Ich bräuchte also irgendeine Auflage, wo ich es hinlege und dann wackele ich immer noch in der Höhe. Also da braucht man schon ein Stativ und hat schon gerne ein Stativ mit, außer jemand, der Naturfotografie macht. Das kann man auf ein Stativ schrauben, dann kriegt man es vielleicht hin. Ist natürlich auch super teuer. Also das hat, glaube ich, 200 Euro gekostet hier. Was da noch geht, sind einfach Koordinaten verwenden. Ja, also die Erde ist nicht ganz eine Kugel, aber annähernd. Ich habe eine relativ gute Genauigkeit. Ich kann mit einem GPS-Gerät oder mit einer Smartphone-App direkt meine Koordinate messen, wo ich stehe und gehe dann zu dem Objekt hin und kann die Koordinate auch wieder aufnehmen. Der Nachteil ist, ich muss da hinkommen. Also ich kann zwar eine Barriere haben, die muss ich aber umgehen können. Ich habe meinen üblichen GPS-Fehler je nach Gerät. Dann ist die Erde eben keine Kugel, weil die Formel, die da unten steht in dieser Tabelle, basiert natürlich auf einer reinen Kugelform der Erde. Und da unten habe ich es nochmal eingekreist. Da ist jetzt der mittlere Durchmesser der Erde angegeben. Je nachdem, wo ich mich befinde, muss ich überlegen, welches Lipsoid nehme ich denn? Nehme ich WGS 84? Wie liegt da auf meiner geografischen Breite gerade die, wie sind da gerade die Achsen? Also ist aber annäherungsweise, glaube ich, schon ganz okay. Kann man vielleicht sogar auch vernachlässigen. Dann kommt noch dazu, dass mir das eine Genauigkeit vorgaukelt, wo ich sage, naja, okay, es sind vielleicht 20 Meter Entfernung, vielleicht auch nur 19,5. Deshalb dieses Komma, was da steht, ist natürlich rein rechnerisch nur gemacht. Was ich auch noch machen kann, das Bild, was man da ein bisschen klein sieht, zeige ich auf der nächsten Folie nochmal. Ich nehme einfach ein GIS-Programm, natürlich QGIS in diesem Fall, lade mir das Luftbild rein und messe die Entfernung. Und das zeige ich auch gleich, das kann man auch ziemlich genau machen. Ich habe eine relativ gute Genauigkeit. Ich muss das Objekt ja nicht mal erreichen können. Allerdings kann ich es eben erst später machen, weil ich es jetzt nicht auf meiner App habe, wenn ich unterwegs bin. Und es wird hier auf dem Ellipsoid gemessen. Ja, ich muss sehen, die Geländeberührung von Objekt. Also es gibt manche Luftbilder, wo irgendein Schatten nicht genau zeigt, wo die Kante des Hauses oder des Objektes in den Erdboden geht. Da muss man dann gucken, dass man das wie hier halt sieht. Ich muss auf möglichen Kartenversatz achten. Es ist auch zeitaufwendig, weil ich im Feld messe ich halt den Winkel und sage, okay, das sind meine Koordinaten. Und dann gucke ich, ob es das auf dem Luftbild gibt. Jetzt zeigen wir es hier nochmal. Ich denke, das kann man sehen. Also man sieht auf dem Luftbild ziemlich genau, wo man steht. Ja, das kann man fast auf dem Meter genau, kann man das denke ich mal schon sagen. Okay, hier habe ich etwa gestanden und dann messe ich bis zu diesem Windrad dort nochmal. Und dann messe ich natürlich gleich bis zu der Mitte dieses Fundaments und nicht einfach nur bis zum Rand. Und dann kommt eine Meterangabe raus, mit der ich durchaus zufrieden sein kann. Und dann, ja, das ist leider wirklich nicht zu sehen jetzt, die Berechnung der Höhe mit dem Tangentsatz. Das heißt, die Höhe entspricht Tangents mal dem Höhenwinkel, Tangents von dem Höhenwinkel mal Distanz plus der Augenhöhe. Man muss darauf achten, dass man, wenn man das mit bestimmten Rechnern macht, den Höhenwinkel ins Bogenmaß umrechnen muss noch. Also mal Pi durch 180. Ich habe keine App gefunden, die die Handysensoren nutzt und oder solche Angaben, die ich quasi im Feld aufnehme, wo man sowas machen kann. Das wäre quasi mein Wunsch. Ich kann gar nicht programmieren, ob es irgendwo Programmierer gibt, die all das, was ich hier so rudimentär angerissen habe, vielleicht in der App vereinheitlichen, mit diesem Höhenwinkelmesser nutzen, die GPS-Daten nutzen. Das wäre schön, wenn es sowas gäbe, weil ich ein Fan davon bin, wenn ich vor Ort bin, eigentlich gleich das über Vespucci auch dann in OSM hochzuladen, weil ich einfach zu wenig Zeit habe. Die Orographie beachten, das hatte ich ja für ihn nochmal erläutert. Die Kalibrierung dieser Methoden sollte man an bekannten Höhen, also zum Beispiel Windräder aus dieser Datenbank, so könnte man es vielleicht einfach mal durchführen, um ein Gefühl zu bekommen, was für einen am besten geeignet ist. Und dann komme ich auch schon zum Fazit, es ist noch gar keine Zeitangabe gekommen, das freut mich natürlich sehr. Also mit dem Tangentsatz und variablen Methoden von Winkel- und Distanzmessung ist die einfache Höhenmessung von OSM-Objekten im Meterbereich gut möglich. Und klar, die Vermesser verwenden natürlich da Profigeräte, hat kein normaler Mapper dabei. Je nach Lust, Zeit, Anspruch und Geldbeutel und den Gegebenheiten vor Ort, in Klammern Barrieren, sind dabei also verschiedene Genauigkeiten erreichbar und letztlich, dann ist das ja wohl die Höhe. Ich danke. Ja, vielen Dank. Und da der Vortrag so erfrischend kurz war, haben wir jetzt jede Menge Zeit für Fragen. Da haben wir schon die erste. Also ich habe jetzt erst einmal eine Anmerkung. Es gibt meiner Meinung nach so eine App und zwar die Smart Mesher Tools, die jetzt nicht gerade offen sind. Und auch der Entwickler davon hat eigenartige Ansichten zu der Algorithmik, die dahinter steckt. Aber die gibt es im Play Store für Android. Und dann hätte ich noch eine Frage. Im Wiki gibt es ja öfter die Anmerkungen zu mit Bildern arbeiten, einen Maßstab irgendwo hinstellen und dann mit Fotogrammetrie zu arbeiten. Was du von der Idee hältst? Davon, das habe ich noch gar nicht gehört. Also die App, ja, da habe ich auch schon was ausprobiert. Manche Apps, die habe ich nicht erwähnt, dass die bei mir nicht so erfolgversprechend waren. Und das andere mit Fotogrammetrie. Ich weiß nicht genau, was du jetzt meinst. Also im Endeffekt mache ich ein Foto und versuche den Gegenstand möglichst gerade drauf zu bekommen und stelle irgendwo in das Foto in der gleichen Ebene einen Maßstab mit hin und kann dann im Endeffekt in GIMP Pixel zählen. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil ich, ja, ich bin eben eher so ein bisschen so praktisch. Ich bin nicht mit allen Programmen so vertraut, aber das klingt auf den ersten Moment eigentlich ganz verlockend. Mit Pixel zählen, also ich müsste es mir einfach mal angucken, aber kann ich gar nicht so genau, kann ich gar nicht so genau was zu sagen, einfach ausprobieren. Also da fällt mir jetzt gerade noch ein, weil er sagt Pixel zählen. Es gibt ja so, hier gibt es jetzt keine Tafel, weil das hier kein normaler Vorlesungsraum ist, aber da gibt es ja immer diese meterlangen Lineale da so. Ja. Also sowas da an deinen Masten ranhängen und fotografieren und dann, wie er sagt, Pixel zählen müsste eigentlich super funktionieren. Ja, da muss ich natürlich, da wird es bei mir schon wieder kompliziert. Da muss ich gucken, was habe ich für ein Objektiv, wie ist die Verzerrung in meinem Fotoobjektiv. Wenn ich unten stehe, habe ich eine Perspektive, dass ja das immer weiter sich verjüngt, weil es weiter weg geht. Dann wird das teilweise auch unscharf. Genau. Der Maßstab ist nicht auf dem Foto konstant. Da bin ich, also zumindest nicht in den Entfernungen, wo ich mich gerade befinde. Da bin ich vorsichtig, weil so, wenn man sich mit Fotosoftware, also mit diesem Ausgleich dieses Linseneffektes beschäftigt, was da plötzlich für andere Bilder rauskommen und dann auch noch je nach Hersteller, dann, also da bin ich echt vorsichtig, dass man dann die Pixel zählen würde. Aber das müsste man einfach mal ausprobieren. Also mit einer sehr langen Brennweite ist das oft kein Problem, weil der Maßstab über den kleinen Winkel… Ja, aber da muss man auch wieder ganz weit weg stehen und da ist wieder die Frage… Dann noch ein Hinweis auf eine Bachelorarbeit, die im Wiki verlinkt ist, wo das jemand gemacht hat mit Stereo-Rekonstruktion, der das Handy genommen hat und zwei Fotos davon gemacht hat und da die Spitze rekonstruiert hat, was den Vorteil hat, dass man nicht nur gerade Objekte messen kann, sondern auch zum Beispiel den Schornstein von einem Haus, wo ich jetzt nicht an der ebenen Fassade dran stehe. Der Nachteil davon ist, er hat keine fertige App, die man im Play Store runterladen kann. Auch hier bräuchte es jemanden, der diese App noch schreibt. Ja, okay. Also vielleicht als Kommentar dazu noch, also Stereo-Bildauswertung erfordert ja dann ein Matching zwischen den beiden Bildern, die du machst. Und das ist möglich, da gibt es ja auch Bibliotheken zu, aber das ist nicht trivial. In der App Maps.me habe ich so eine Funktion beobachtet, allerdings ich habe sie nicht geprüft, wie gut das wirklich funktioniert, aber man könnte das einmal überprüfen und probieren. Natürlich gäbe es auch noch die Methode, einen Luftballon und eine Schnur nach oben steigen zu lassen, setzt allerdings voraus, dass Windstille herrscht. Ja, also es gibt sicherlich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt auch nur auf die beschränkt, wo ich sage, das ist für mich halbwegs praktikabel. Für mich ist das ja am praktikabelsten habe ich dabei und bin auch ziemlich genau. Also mit dem Kugelschreiber, ich habe jetzt verschiedene Kugelschreiber natürlich ausprobiert, der reflektiert nicht so stark, er verjüngt sich vorne, ich kann also ziemlich genau das auch anpeilen. Und das ist für mich die beliebteste Methode, um den Winkel festzustellen. Und die Entfernung mache ich eigentlich am liebsten über Koordinaten. Das ist so, das habe ich noch gar nicht gesagt, das waren so meine Präferenzen, diese Kombination. Noch eine Methode, einen Stein hinunterfallen lassen und die Zeit stoppen. Ja, genau. Ach, das habe ich noch kurz noch erwähnt. Man kann natürlich auch Brückendurchfahrten, also hohe Brücken natürlich auch messen. Ich kann natürlich auch nach unten messen und dann muss ich nur sagen, da muss ich mich dann hinstellen, um dann die Entfernung quasi abzumessen. Das kann man natürlich auch noch machen. Ja, Stein ist auch gut. Diese Methode bitte ohne... Aber im Prinzip bräuchte ich dann eine Stoppuhr, die genau dann auslöst, wenn der Stein aufkommt. Eine Stoppuhr im Stein drin, um es wirklich auch ganz genau hinzukriegen, weil durch die Beschleunigung, weil da muss ich auch wieder berechnen, wie groß ist die Luftabbremsung des Steins, je nachdem wie groß die Fläche des Steins ist. Also es wird wieder ein bisschen kompliziert, das zu berechnen. Noch eine Methode hätte ich, die funktioniert allerdings nur mit einem iPhone, nicht mit einem Android hinunterfallen lassen und der Zeitstock. Ja, genau. Okay, ich will auch noch eine Methode beitragen. Ich habe so eine pseudoprofessionelle Drohne mit barometrischem Höhenmesser. Dann macht es natürlich super einfach, die lässt man aufsteigen, bis man oben ist. Aber die wird bestimmt auch nicht ganz billig sein, oder? Ja, so 500 Euro. Ja, was sind das normalerweise für Entfernungen, die du zum Objekt hast? Also von zehn, also von fünf Metern teilweise. Also je nachdem, ich versuche halt den Winkel, also diesen schrägen Winkel, was ich für ihn rot dargestellt habe, dass der Winkel etwa immer um 45 Grad ist, weil das am genauesten ist. Tangens 1 ist ja genau Seite gleich Höhe. Und bei der Straßenlaterne versuche ich mich etwa so weit wegzustellen, dass es passt, weil es am genauesten ist. Ein Grad Abweichung merke ich sofort. Wenn ich natürlich zwischen 99 und 98 Grad habe, dann ist das eine riesen Entfernung. Und bei 45 und 46, 47 Grad, da ist die Abweichung einfach am genauesten. Und von der DWG vielleicht noch der kurze Hinweis. Die Datenbank, die am Anfang genannt worden ist, darf man nicht verwenden. Woher weißt du das? Okay, da hat jemand mal versucht, die Datenbank zu hacken. Darum haben die auch die Abrufe dann entsprechend da reduziert. Noch ein Hinweis zur Orographie. Du hast gesagt, wenn da so hügelig ein bisschen dazwischen ist, dann näherst du dich dem an und ziehst dann immer deine Augenhöhe. Anmerkungen zur Orographie. Also immer schrittweise heranzugehen und beim Hügel dann nochmal die Höhendifferenz mit abzuziehen, ist vielleicht ein bisschen ungenau. Wäre es auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ich messe zwei Höhen, nämlich den Fußpunkt von der Windkraftanlage und den Rotoranabeln? Ja, das stimmt. Aber manchmal sehe ich den Punkt nicht genau. Also ich kann das, warte, wenn ich mir den Kugelschreiber hier durchschaue, dann sehe ich nicht immer genau diesen Punkt, weil ich eben im anderen Winkel stehe. Und darum gehe ich lieber so hin, dass ich wirklich auch den Fuß des Objektes halbwegs gut nachherkennen kann oder den erreichen kann. Genau, und dann kann man ja den Fuß und den Höhepunkt des Objektes auch messen. Also ich denke, das kann man sicherlich noch ganz viel ausweiten. Das ist so eine Art Ideensammlung war das gewesen. Mir geht es ja nur darum, dass hier Leute sagen, da probiere ich einfach mal was aus und habe keine Scheu mehr, die Höhen einzutragen, weil das ja immer noch ein bisschen vernachlässigt wird, die Höhen bei OSM-Objekten. Okay, wenn dann keine weiteren Fragen mehr sind, dann danken wir nochmal dem Lars. Und tut mir leid nochmal wegen der etwas misslungenen Projektion. Wahrscheinlich an mir. Applaus Das war aber gut. 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 Vielen Dank.